Könntet ihr mir eigentlich helfen, wegen der Frage, die ich euch gestellt habe in meinem Let's Draw Nummer, ich glaube es war Nummer 8. Nein, Nummer 9? Naja, jedenfalls zugehend wegen dem Andocken da an die Werkzeugpalette. Wenn da jemand Bescheid weiß, bitte, helft mir, mich nervt das sowas von da, dass das Tool-Werkzeug oder eben, ich weiß nicht wie man das nennt, die Werkzeugpalette, dass die da nicht mehr angedockt ist. Ich hab da irgendwann mal was falsch gedrückt und dann hing das dann einfach daneben und ist da nicht mehr eingebunden. Und das nervt mich gerade total, wenn ich mit GIMP arbeite. Also wenn jemand Bescheid weiß, einfach mal schreiben, ja hier so und so geht das. Aber dann bitte auch ausführlich schreiben, weil, wie gesagt, GIMP ist sehr, ein bisschen umständlich aufgebaut. Und, ja, da wäre es gut, wenn man mir das dann genauer erklärt, so doof, wie ich ja manchmal bin. Ai-Chan musste auch ganz schön erklären, bis ich den Stabilizer hier oben gefunden habe. Ja, bin eben manchmal etwas schwer von Begriff, aber ich denke, das ist jeder manchmal von uns. Ja, okay, es läuft zwar gerade sehr toll und ich mache jetzt auch ungern Schluss, aber ich muss mich dann langsam auf den Weg machen zur Arbeit. Das war die dritte Sitzung. Die vierte mache ich morgen weiter. Heute wird das nichts mehr. Ich habe noch mehr vor, heute. Okay, ja, so sieht es bis jetzt aus. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Dafür sind wir aber schön vorangekommen. Wenigstens etwas. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal, ne? Ciao, Leute! Hallo, hier ist wieder Nina Neko. Willkommen zu meiner fünften oder vierten Sitzung. Ah, ich weiß das nicht genau. Ja, jedenfalls willkommen zu meiner nächsten Session. Es geht weiter. Und zwar, ja, natürlich bei den Outlines. Aber keine Sorge, wir haben es bald geschafft. Es dauert nicht mehr lange. Ich werde mich auch beeilen. Ich verspreche. Ich verspreche. Ich verspreche. So, schwarz einstellen. Ja. Ach je, ich muss aufpassen, dass ich immer nicht mit Dunkellila male. Weil... Weil... Oh, nein. Ist auch wieder zu dick hier. Ja. Weil ich nämlich immer meine Titelbilder, die ich am Anfang von jedem Video, dann eben immer die Nummern schreibe. Und da stelle ich dann eben dieses Lila ein. Nimm das, beziehungsweise mit der Pipette. Und, äh, ja, da... Ach, ich krieg's wieder nicht hin. Ja, da ist dann immer die Farbe eingestellt, wenn ich dann weitermachen möchte. Deswegen muss ich doch mal drauf achten. So, das geht hier noch einigermaßen. Dann mach mal das hier weg. Eigentlich wär's das gut, das mit Fahnen zu machen. Aber da hab ich jetzt keine Lust drauf. Sorry. Ist mir manchmal ein bisschen zu umständlich. Deswegen mach ich's lieber mit Hand. So. Ja. Ich könnte auch mal wieder eine Strähne mit Faden machen, dass ihr das noch mal seht. Also, diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, die interessiert das ja bestimmt auch. Aber ich hab's ja ausführlich schon gezeigt. Ich weiß nicht mehr, welcher Part das war. Tut mir leid. Ich merk mir das immer nicht. Ich konvertiere das, schneid das zurecht und, äh, stell's hoch. Ich guck's mir da meistens noch mal an, aber trotzdem merk ich's nur nicht. Jetzt genau, welcher Part das war. Ja, genau. So. Ja, also, auch wenn nicht viele gucken, ist nicht schlimm. Ähm, ich mach trotzdem weiter hier. Ähm, ich, äh, ich, äh, möchte auch unbedingt noch was ankündigen. Und zwar, äh, möchte ich auch ein Let's Play machen nach dem Let's Draw mit meinem Lieblingsspiel. Da freue ich mich schon riesig drauf. Also, das wird auf jeden Fall interessanter. Also, wer die, wer das jetzt hier sieht, bitte dann auch das Let's Play angucken. Ich verrate noch nicht, welches Spiel es ist. Äh, manche, äh, manche User wissen es vielleicht schon oder können es schon ahnen, welches Spiel ich nehme. Ja, jedenfalls wird das ganz toll. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Ja, aber ich werde mir trotzdem genug Zeit für das Bild nehmen, dass das auch richtig schön wird. Ich möchte ja euch auch ein bisschen was zeigen bei der Koloration, was man da so machen kann. Ja, das wird schon alles gut. So, mal hier noch. So, so. Ja. Zum Glück war ich jetzt auf der anderen Ebene. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Seht ihr? Tja, manchmal habe ich auch ein bisschen Glück. Jo. Hm. Hier gefallen mir die Haare noch nicht so besonders. Hm, hm, hm. Na, 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 na. Na, ja. Das wird schon alles richtig sein, irgendwie. Ja, das mit dem Kranz muss ich auch noch ändern. Da muss ich auch noch drauf achten. Ja. Dass das alles richtig wird. Hm, hm, hm. Naja, so viel ist es ja nicht mehr. Ich mache nur das Mädel, ne. Jetzt die Outlines, meine ich. Den Hintergrund, den male ich dann einfach so. Ich denke mal, das geht dann schon irgendwie. Ja. Man muss ja nicht bei jeder Sache im Bild ein Outline machen. Das muss nicht sein. Ich tue mich wieder ein bisschen schwer. Ich bin noch ein bisschen müde. Es ist jetzt... Naja. Was heißt noch? Es ist 11.30 Uhr. Aber, ähm... Ja, ich bin irgendwie ein bisschen... Ich weiß nicht. Meine Augen sind total müde. Dabei war ich doch jetzt gar nicht großartig am Laptop. Na ja. Das geht schon wieder weg. Ups. Hm, hm, hm. Ja, aufs Einfärben freue ich mich ja auch schon. Von den Outlines. Das wird bestimmt auch lustig. Ich mein's jetzt aber auch nicht ironisch oder so, sondern ich freu mich wirklich. Auch wenn's sicher ein bisschen umständlicher wird, aber... Das macht ja nichts. Ist ja alles irgendwo umständlich. Man muss sich ja auch ein bisschen Mühe geben, ne? Oh Mann, das ist wieder nervig hier mit den Ebenen. So. Ach, jetzt bin ich wieder auf der falschen Ebene. Seht ihr? Immer derselbe Fehler. Hm, hm, hm. Jo. So. So. Sind hier noch irgendwie Haare? Ist aber komisch. Hm. So viele Haare sind hier doch gar nicht, oder? Hm. Hätte ich doch nur nicht so ein altes Bild genommen. Das ist ja schon über zwei Jahre alt, oder so. Weiß ich nicht genau. Steht auch kein Datum drauf. Ich schreibe sonst eigentlich immer ein Datum auf meine Skizzen und auf jeden Dreck. Aber hier habe ich kein Datum hingeschrieben. Keine Unterschrift gemacht. Naja. Ich denke mal, das geht so. Hm. Ja, wie gesagt, ich versuche mich ein bisschen zu beeilen, dass es ein bisschen vorangeht. Und ich möchte ja auch langsamer fertig werden. Ich bin ja ein bisschen ungeduldig. Und, ja, das verkrafte ich nicht so lange. Ja, hier die Outlines, die lasse ich mal besser auf der Ebene, auf der Extraebene. Hm, sorry. Mein Hals macht gerade irgendwie wieder Probleme, aber ich denke mal, das geht schon. So. Hier noch. Hm. So. Joa, wenn man die Linien, vor allem bei den Haaren, schnell zieht, dann kommt das immer ein bisschen natürlicher. Weiß nicht. Wenn man da so langsam macht, dann wird das so wackelig und das sieht dann nicht so toll aus meistens. Aber ist ja bei jedem anders. Muss jeder selber rausfinden, wie er es am besten kann. So. Was mache ich jetzt weg hier? Ich bin gerade verwirrt. Ja, das hier kommt weg. So. Und hier noch die Linien ein bisschen. Ja. Und das noch ein bisschen weniger. Ja, so. So. Ui, 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 ui. Schöne Haare. Die werden schön blond. Das wird so ein gelb-blond, so ein bisschen orange-lich. Mal gucken. Wird jedenfalls schön. Oh, ich freue mich schon auf mein Let's Play, ey. Das wird so richtig toll. Ich hoffe, man kriegt ja ein paar mehr Views. Ist ja schließlich ein Let's Play. Vielleicht gucken sich das ein paar mehr Leute an. Ah, das Spiel ist ein bisschen unbekannter. Aber, ja, mal sehen, wie es wird. Wie gesagt, ich bin ein bisschen verzweifelt wegen meinen Views. Ähm. Ich habe kaum Views auf meine Let's Draws bis jetzt. Und ich weiß nicht so wirklich, woran es liegt. Ich meine, wenn man bei YouTube angestellt ist, kriegt man doch irgendwie erweiterte Einstellungsmöglichkeiten. Bei den Videos, wenn man die hochlädt, dass man besser das Publikum erreicht. Ja, aber wie macht man das, wenn man nicht bei YouTube angestellt ist? Ich kann mir das Bild nicht selber aussuchen, das Vorschaubild vom Video. Das wird immer per Zufall generiert beim Hilfladen. Da hat man dann drei Bilder zur Auswahl und da kann man sich dann eins aussuchen. Ihr wisst ja bestimmt, was ich meine, ne? Und, ja, wie kann man denn das machen, dass man da sich generell ein Bild aussuchen darf? Weil mich stört das total. Ich würde am liebsten immer mein Titelbild nehmen, dass man gleich sieht, Ah, ja, das ist Part 1 und das ist Part 3. Das ist Part 2 und das ist Part 3 und das ist Part 3 und das ist Part 3.